Moin Leute was geht willkommen zu einem neuen Video von so weit von die Vorhauers mit mir hoch er springt vorliegt ja Leute für die 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 letzte Folge an schaut haben macht es bitte weil ich brauchte es jetzt gar nicht mal zu erklären die gaben wir wissen wie oft das schon erklärt hat zweimal das war's wollen wir starten ja ich habe schon wieder das Kloster schwert wir haben immer die gleiche dieser haben wir immer die gleichen Waffen ich schätze es nicht und es gibt es nicht ich schätze es nicht wie so wie immer die gleichen Waffen haben aber wir waren voll weit also ich noch voll weit ja sind auch weit gekommen aber dann bin ich richtig weit ey was machst du er kann gerade so ein Schlagzeug und ich dachte du hättest den jetzt kaputt gemacht oder so weil ich dachte schon aber ne ne ich hab einen Schlüssel geholt geht das überhaupt ach so zum Glück wollte schon sagen was machst du was machst du was machst du was machst du so so hui wie 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 ist Vielen Dank. Warte, Damon. Bin wieder da. Ja, auch so, ja. Damon, wo kriegt man nochmal diese, wo wurde nochmal diese Schlüsselkisten, wo man diese Feuerdinger bekommt? Zufällig. Viel zufällig. Aus einer Kiste gerade schon immer das gleiche bekommen. So, jetzt halt ich bin. Die Feuerdinger bekommt man aus allen Kisten, aus allen. Nein, ich habe noch nicht. Ja, vier Stunden jetzt, jetzt habe ich vier Stunden angestellt. Schlesung und Stille, echt wie Stunden. Ach so, ja, so glücklich zufällig. Ach, jetzt hier kommt die, hier kommt die, hier kommt die. Check it out. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch da, 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 ich sehe dich, ich hab dich gesehen gerade. Ah, auuuhuuhu. Ah, ey, ich kann nicht mehr. Okay, hier sind die Kiel, es sind schon wieder die Grenze, ja. Hier reicht es mir auch schon. Ach, du Scheiße. Da kommt die ganze Armee wieder. Wir werden von Corona angegriffen. Von Corona angegriffen. Weiß noch die Geschichte, es war in MyProte, der ist an Krebs war Reck. Ja. Weil Leute, wenn ihr grad nicht wisst, was ich meine, Damon hat in Minecraft eine Geschichte erzählt, es war wichtig, die gehe einfach, es war einmal ein Pote, der ist an Krebs war next enden. Und da haben wir hier die Höhung, ist anbietend. idiots, wir haben die USA und wegend, wir haben die Polski, wir haben die ganze어지enden gemeinsam gemacht. Nein! Die Fliegen, das sind ja Helikopters! Das sind ja Helikopters, Helikopters, Helikopters! Helikopter! Helikopter! Und dich! Und dich! Und dich! Und dich! Oh! Hey! 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 ja mein Gott der die Reiki okay jetzt kommen die Leute wieder welche ich glaube ihr kennt ihr noch diese die Leute die Zuschauer kennen die Leute die Ausweiter die Zuschauer kennt es durch noch das hat er in dieser Ecke wieder und es sollte wohl ich war der Bewert ein Kamin und hat sie an den Werwolf die hatte das er in Prozent 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 die Statt Prozent Prozent ein Geist auch wenn ich halte Achso und einer direkt anlegen und dann kann ich ihn anlegen können auch gerne mal tauschen r das ist zwar ein bisschen falsch auf hatte gerade kurz gibt egal warum kommen die keine zu gut kommendie ich kann das ist ein Riechen wieso kommen bei dir keine Mann jetzt gibt es noch mal was war das für ein Ding äh ich habe keine äh warte ich muss das Headset anschließen oh mein Gott ja Leute das ist die nächste Stufe das ist das nächste was wir ok wir sind wieder ein bisschen weiter ein bisschen weiter das ist richtig ekelhaft richtig ekelhaft das sind ekelhafte ekelhafte Damon ich bin wieder da du musst mir bitte helfen die Garten sind so ekelhafte oh oh shit oh mein Gott Leute das meine ich welcher P aber der ist ganz schön krass die Gäste sind alle eigentlich One-Shot die sind alle eigentlich voll schwach ja ich habe das nicht zurück ich habe das nicht zurück und macht es so ekelhaft das ist ein 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 ich muss gut sehen weil ein 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 das ist so ein glatt das Wort hat ja da hat der Mann ja was ist los bei dir noch werden nicht mehr angegriffen ich habe keinen Scham bekommen okay alter doch jetzt hat jetzt bin ich gut jetzt verregt jetzt habe ich krebschen euch weil ich bin kurz weg deswegen auch verdammt oh mein Gott ja okay und jetzt kann ich auch wollen ja mein Digger auch so schreibt mir wiederum vor zu ja ich bin ich bin gespannt auf die letzte Stufe oder da kann doch auch ja auch danke da war ein Schlüssel was die die nächste Stufe ja 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 die ist voll ekelhaft ja was das für eine Stufe die das ist ein riesen Boxvieh alter das die 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 ohr noch mal wird gläufe so weit gekommen zurück ich gehe zurück ich gehe zurück ich bin ich gehe ich gehe zurück hey komm gar nicht hey komm gar nicht oh okay jetzt die Glockenzeiten die Glockenzeiten die Glockenzeiten die Glockenzeiten ach so ich habe der Krebs aber was hat immer das ist der Garten auch so wir sollten wir sollten hier weg das ist so ekelhaft Leute wir haben einfach viel länger als es das letzte Mal überlebt oh mein Gott ich dachte die kommen alle einzelnen nicht alle auf einmal dann am Ende das hätte ich nicht gedacht hallo 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 wer macht sie gar nicht machen aber ich hab das langsam jetzt langsam um nach können und das wusste ich gar nicht der 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 gibt Krebsalter ich habe die Okay ich habe das nie mal ich habe das nicht ich habe kein Krimzen hohen nun bald aber keine Ahnung auf den ich habe die die gut und okay kommen auch sehr und unangenehm er kommt noch abkommt noch eine andere stufe ich glaube nicht mehr nebenan auch nicht oh mein Gott mit hinter uns waren wir eben nicht ich hab Günther verstanden jetzt bleibe ich ihnen kann ja immer sonst einer kommt ja bei mir kommt aber alle kann ich auch zu dir hier können nämlich alle eigentlich alter das heißt du musst eigentlich gar nichts machen was aber auch schon ziemlich frech Prozent Scheiße weil hier kommt gar keine noch einstabschlüsse bringt jetzt mehr um ja es ist doch anders auch gar nicht in beiden Seiten der Garten um ein Gott weil sie haben wir sind so groß hier muss an einer anderen Seite und Jörg ich kann es auch der hier das war so ekeler die Karte zu schaffen und dieses auch vollkommen auf dieser Arme doch wieder auf eine andere Seite aber Gott die Gap Jok jetzt tauschen wird er kommt doch kommt doch gut er kommen die jahre brav 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 nicht brav ekelig er ekelig ekelig also das ekelte Brauch mehrmals also mit sexuellen Messing die Liga er ist die dritte Folge und wir spielen fast durch ich glaube wir haben so schön fast durchgespielt ja wir machen das ist auch mit seiner Nied ist und wir machen dann zahlen ist ein zweiter Sirene ihr ist hier so ähnlich ich mache auch ein Monster ja das ist doch der dritte Teil so eine kleine Welt sind der zweite Serien Teil von Siren Head ja äh was nein 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 ich erklär's mal also es gibt doch in folgen so Staffeln ja ja und das Siren Head Projekt wird die zweite Staffel von diesem hier ach so ja weil das hat ja auch weil die hat das weil der hat ja auch so 10 und wir und dann kommt so eine Zunge raus ja lasst mal machen also der gerade schon diese bekommen was in der nächsten Staffel kommt ja und zwar haben wir ein Siren Head Mod er ist zwar auch mein Projekt aber ich meine mein Motto was für mein Projekt mein Projekt das ist mein Projekt Hör auf meine Sachen zu stehen Kumpel mehr auf jeden Fall nun wir noch haben im nächsten Staffeln ja wir können wir haben das ja ich komme hier viel besser klar da aber das Problem du musst die ganze Zeit mehr Erzweifel und dann ist das war eigentlich schon eigentlich schon ein bisschen ja das klappt ich glaube die werden jetzt richtig krass ich bin vor meine Echtheim bei dem Leben das Ende Stimme vor einer echten Stunde im Leben bei 24 Stunden sind viel zu viel ja 5 20 Stunden das dauert ein Jahr bis für bei einer Stunde sind und ich habe mich ja weil ich meine er hat das nicht schon mal geschafft wer das geschafft hat schon mal er der dritten Lob und so dass ich esse Pizza und ich esse gerade Nudeln kritisch Nudeln mit Ketchup und mein Vater kann hier nicht raus, er hat jetzt auch Corona deswegen bin gleich down, bin gleich down Wollen wir Seiten tauschen? Ja, Seiten tauschen ja, Seiten tauschen das geht ja noch voll ja, aber eben, mich wort richtig hat erwischt, deswegen jetzt kommt er wieder ein bisschen fetterer also besser gesagt, er ist irgend aber aber ein bisschen groß halt du brauchst mich nicht so zu kommen mit deinem Loch ja, da kommen wieder die 8 da, die gibt ja auch noch ich hatte, ich glaube, dass wir das schon fast durch haben Junge, wieso steckst du dein Arm durch die Wand? was? wieso bin ich gerade noch umgeflungen? ja, na, mich auch vielleicht heißt das hat irgendwas zu tun, dass wir bei durch sind ah, ne dieser eine Typ, dieser große schlägt irgendwie die ganze Zeit auf dem Boden und löst dann so Plattform aus, sehe ich dann nach oben ja ja und erbeben ich will gar keinen Film von diesem Mod da will ich keinen Film von wir wir ich stell mal vor, wir machen aber gerade ein ähm wir machen doch ein Video stimmt ja aber ich stell dir vor, so ein, äh, so ein echter Film so ein echter, so wo dieses Blut und sowas kommt ja und das wie würde es aussehen, wenn die die töten? ah, keine Ahnung ich kann mir das schon vorstellen, leider ja, so Horrorfilme gibt's ja, aber ich glaub, weiß nicht, mit diesen hier oh, das wär so ekelhaft weil wieder sag einfach, wenn du Seiten tauschen willst Junge, das Video ist auch so lange, ne? das ist wirklich das längste Video aber dafür spielen wir es durch weil ich hierfür jetzt wir leben ich bin um mit, ob alle aufs Einsch SELE etwas durchspielte keine Ahnung, die Eivresse und die Fülle vorbei nicht ich brauche mich lange an oder kommt wieder zu einem zum Hüpfen ich nenne diese mit diesen ins Allgemeinen der Kampfer ich zieh mich zurück ich zieh mich nicht mehr zurück und umgekehrt wissen kann werden und nicht ziemlich ich zieh mich zurück das klingt so perversen ich gehe zurück er hat nachher mal die kommende der die Einkommen von der von gerade aus die anderen von rechts das hat irgendwie auch sehr nervig Katzler auch schon mit einem Plattformen kack das war auch von kleiner Schlag auf dem Boden und dann fliegt alles hochkommend die Nullstunden und hätte den Menlo die gehen weg die die gehen wir uns die gehen jetzt ja einer ist noch da ja heilig auch guck mich so an Wurzeln es macht ihn wieder Prozent vor allem war er in Ordnung hat die Vorsammlung es gibt den Burs der wurde nicht gezeigt gezeigt wir wussten nicht dass das sollten wir uns eigentlich für ein Video aufgesparen ja hätten wir hey aber war wohl nichts Leute das was krass ist die Video Jo was hat die Gartend der Attacken der macht so kleine und schon an der Ehe Alter ich dachte er ist er perversen Wieso um aber es ist eine Hau ah das ist der Weg UL L Ekelhaft Ekelhaft Jo Pa das ist voll eklig eigentlich ich dachte er ist er perverser als die Verwandeln die gehen einfach in sich rein und verwandeln sich in so was die große Mühle verwandelt alle gehen zum größten großen O-O-Ton Jürgen Schatten zu uns jetzt ich komme jetzt dahin wo der Boss ist was was von wo von wo oh mein Gott okay Leute das war's äh das war's mit dem Projekt wir können das auch machen dass der Endlust zu kosten das ist einfach ey da ist auch kein Speicher ja Leute ich würde sagen wir beenden diese Folge heute wenn euch das gefallen hat dann äh lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ja komm ich sag einfach mein Spruch abonnieren Klack aktivieren dann nach oben kassieren und ja Leute und zwar aufs Siren Head Leute nein die Serie ist noch nicht vorbei und ja Ciao Ciao